Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge von Lucky Block, zusammen mit dem Debitor. Hallo! Ja, es ist heute wieder die Rückrunde. Wir haben mit Peter eine Runde gespielt. Wenn ihr wissen wollt, wie die ausgegangen ist, dann guckt unbedingt beim Debitor vorbei heute. Es hat sich ein bisschen anders. Wir haben zwei drei Inseln. Jeder von uns hat ein Stick Lucky Blöcke. Ich habe Lucky Block Night und Peter hat... Äh, Galaxy Blocks. Yeah. Dann haben wir eine kleine Insel. Voll das faire Battle, ohne Witz. Mit ein paar Bollung drauf. Unsere Command Blocks sind hier. Und, was Neues Besonderes, keine Lappes Blöcke, sondern wir haben eigene YouTuber Lucky Blöcke. Und zwar den Carscrafter YouTube Block und den Debitor Lucky Block. Und, äh, dementsprechend Ziel ist es, den Lucky Block vom Gegner abzubauen. Und wenn ihr ein Battle von diesen Blöcken zum Beispiel mal sehen wollt, also ein Debitor Lucky Block versus Carscrafter Lucky Block Battle, dann schreibt super gerne mal in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, wir können direkt beginnen, Spau mal setzen und dann let's go. Okay, und los geht's. Ich bin gespannt, ob bei mir was Besseres rauskommt. Weißt du, ich mach so ein Block auf, kommt direkt ein Blitz von der Decke. Und ich bin tot. Einen riesigen TNT. Man, egal. Man, der ganze Insel ist schon wieder weg. Hier ist nur noch Badrock fast. Und los. Eine Kiste. Ja. Ich bekomme echt nur noch Scheiße. Ich habe jetzt zwei Angeln bekommen. Wow. Feuerzeug. Hier kommt ja nur TNT raus. Ich sehe gerade schon, weil hier brennt, ne? Ach, Mann. Das ist immer laut. Zeus has punished you. Oh. Oh, one is lucky, one is not. Ach so, okay. Jawoll. Nein, 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 nein. Oh. Werde verbrennen. Ist der, ah nee, der ist nicht Lucky. Ma. Aber hier. Irgendwas drum, warte. Ey. Meine halbe Insel ist beim ersten Lucky-Blog-Insel explodiert. Und jetzt sind hier zwei Sachen gespawnt, dass jetzt auch noch das halbe Badrock mit weg ist. Ja, geil. Nicht? Ja, das... Oh. Oh nein. Du hast irgendwas bekommen von mir, kann das sein? Ja, einen Johnny. Nee. Einen Diablock habe ich bekommen. Oh, lol. Ja, ja bitte. Ja, bitte? Ach so, ja danke. Danke. Oh. Noch ein Diablock. Ah. Ein Badrock. Das ist die sogenannte Game of Chessplate. Nein, hast du ja auch bekommen? Ja. Oh nein. Ja, warte, zieh die mal aus. Sie ist ein bisschen... Leucht den OP. The Night Gods reward me. Mit Scheiße. Yay. Mit Kacke. Jawoll. Was ist denn los bei dir? Ich habe so ein riesen Ding bekommen, ne? Oh, ist das so lang. Du hast bestimmt eingestellt, dass du immer die coolen Sachen bekommst. Ja. Garantiert. Genau. Wäre irgendwie cool. Ich bekomme nur Kacke. Warte mal. Ich habe eine Game of Chessplate. Ich bekomme nur Kacke. Ja, bis auf das. Oh. Dynamite. Boi. Hm. Get weak? Ich habe eine Home mit Schatten des 5. Ist das geil? Ernsthaft? Warte mal. Ich habe weakness 4 für 8 Minuten. Das spielt ja meine Hände. Ach. Aber nur ein bisschen. Nur minimal. Hier kommt der... LOL! Ja, viel Spaß, wenn du hier bist, ne? Gold. Feuerwerk. Oh, yeah. Oh, nein. Oh, nein. Böser Mann, böser Mann. Böser Mann. Nein, Peter! Was denn? Ich hatte eine riesige Armee voller Golems und du hast sie genötigt. Ja, cool. So läuft das halt. Ach, Mann, oh. Der muss ich doch sagen. Der schöne Mark. Oh, ich ertrinke, glaube ich jetzt. Den Deli hätten nie. Wie kommt's? Also ich habe ja einen geilen Bogen, so einen Lucky Bow, aber ich habe keinen einzigen Fall. Kann ich auch mal ertrinken? Ich bin ja im Wasser gerade. Ich habe keinen Knopf. Hier sind fliegende Hexen auf fliegenden Pferden, die mich mit Händen abwerfen. Du hast keinen Knopf? Dann lassen wir das Ganze mal so stehen. Oh. Bin ertrunken. Oh, ich habe... Ja. Warte, jetzt habe ich einen Knopf. Gleich. Ja. Stimmt, du kannst ja selber einen Knopf bauen. Oh, warte mal. Was ist das denn? Ah, endlich Ruhe. Ausgezeichnet. Ja, das ist immer geil. Aber das ist auch ganz gut. Aber das ist auch ganz gut. Ey, ich bekomme nur Feuer... Ich benutze jetzt mal so ein scheiß Feuerzeug. Muss ja gut sein. Ist ja dumm. Muss gut sein? Ja, muss ja gut brennen hier. Eigentlich ja, ne? Da kann nichts raus. Warte hin zu brennen! So. Und das Schwein auch. Oh, ich habe das nicht. Oh, wieso? Slimey Mess. Ah ja, Nightblocks. Oh, nee. Nee. Ich habe ja auch ein Schwert, ne? Wie? Du hast ein Schwert. Ja! Wir spawnen den ganzen Slimes. Das hört nicht mehr auf. Soll ich den Knopf drücken, oder geht's? Nee. Ich wollte die ja so töten, ne? Oh, ich glaube, jetzt ist gut. Besser. Alles gezeichnet. Kann das relativ hoch springen. Du bist ja bis zu mir, ne? Genau, ich kann das einfach rüberhucken. Nordlich ist ein 100-Diablock gespawnt. Echt zu? Echt zu schwer. Bob! Wer die denn benannt, ey? Ohne Witz. Was ist das? Spawnpoint Locator. Wow. Das brauche ich. Nein, nein, nein. Look up. Ich konnte einfach rausspringen. Das ist das krass. Oh, man. Was hast du denn gemacht? Ach so. Ich habe aber einmal TNT gespawnt. Och, man. Deiner Meinung. Aber weißt du, was mal geil wäre? Blöcke, mit denen ich zu dir rüberkommen kann. Irgendwie kommt hier nicht so viel raus. Shuffle of Doom. Warte, fangen wir mal an hier. Ma. Nein. Haha, der ist gut, der bleibt voll lange. Nein, ich will den nicht haben. Halbe Stunde. Nur? Ja gut. Ach so, jetzt noch eine Zombie-Apokalypse. Ja, was will meine mehr? Ja, was läuft hier? Nein. Nein. Weißt du, die sind die Flöcke, die auseinander sind? Wer? Hey, hey, hey. Was ist denn jetzt alles? Oh Gott. Was ist scheiß Wetter, Gewitter. David Offel, out of the world. Lauter Redstone-Zeug. Diablock. Tote Mops. Blumen. Nein, ich glaube, ihr habt jetzt getötet bei dir ein Tor. Oh, ich wollte es töten. Nein, ich glaube, ihr habt was kaputt gemacht. Bei der Siege. Warte, ich muss mich auch hier ausfattieren. Habt ihr nicht bekommen? Nee, das darf ich gar nicht sein. Oh, dann verrate ich dir wohl. Ich weiß ja nicht, was man damit machen kann. Und, nee. Was denn? Begans bauen. Zusammen craften, haben super viele Leute gesagt. Echt? Ja. Ja. Ich hab nur einen. Wie viel brauche ich denn? Das weiß ich leider nicht. Boah, dieses Kack-Skelett da drüben, ne? Ich schwöööööö. Oh, jetzt gibt's Ruhe. Ausgezeichnet. Wie viele Blöcke hast du denn noch? Ich hab keine mehr. Keine mehr? Keine mehr. Aber ich glaube, ich komme auch nicht rüber. Fortune Enchantment Level 50. Okay. Warum dort denn? Stammt da. Okay, das kann weg. Das, das. Oh, ich bin so ready, Peter. Oh, schade. Nein, ich hab die behalten sollen, glaube ich. Dann hab ich das voll schnell abbauen können alles. Meinst du? Ich glaube. Was hast du denn davor? Achso, kann man wieder nicht aneinander setzen, ne? Ne, aneinander geht nicht. Gleich. Was? Bist du hier? Ne. Achso, oh, toll. Ich hab keinen einzigen Pfeil. Nicht? Nein. Na, das ist ja doof gelaufen. Warte mal. Galaxy Spinner habe ich. Lucky Potion. Nein, wir haben den nicht rüber. Geht der gerade durch, oder was? Der Galaxy Spinner? Ich weiß nicht. Nein, der ist gerade kurz vor dir gelandet. Oh. Easy Dodge. Easy Dodge. Was machst du denn da? Warte, wo bist du hin? Das war Quatsch. Oh, hey. Na? Was geht? Hä? Was hab ich denn jetzt gegessen? Flatten your enemies. Jawohl. Wie kommen wir denn da hin? Der ist kaputt gegangen. Oh, hey. Hey, hey. Oh, nein. Verdammt. Ey, was ist das denn? Gewa... Oh. Ja. Oh. Wir fangen gerade auf zu fliegen. Was? Warum kann ich denn fliegen? Hast du die Game Watchers played? Nee, nee. Eigentlich nicht. Du bekommst auch kein Knockback. Galaxy Guard. Nein. Verdammt. Stimmt, ich kann fliegen. Ist ja gar nicht auch mitfallen. Ey. Ohne die Game Watchers played? Ja, ich hab da halt ne... Warte, wie heißt die? Galaxy Chess played. Keine GM Chess played. Ja, und die gibt dir Knockback Resistance. Die gibt mir alles, glaub ich. Boah, das ist so ein langes Schwert, Alter. Ja, ne? Das ist echt lang. Oh, manno. Warte, ich spring. Schau mal, ich spring was. Warte, pass auf. Hä? Ah. Aber das ist auch ne unfaire Mischung, ne? Oh. Einen hast du noch, einen hast du noch. Ach, manno. Yeah. Ich kann dich ja gar nicht töten, oder? Hast abgebaut. Nee, du kannst dich ja nicht töten. Nee. Komm mal her, ich will mich mal ein paar Mal hauen. Passiert ja nix. Kriegst du mal Damage? Warte, ich spring mal dann aus. Ah, jetzt hab ich deine Schuhe bekommen. So Ficker. Yeah. Kannst du den Schuh machen? Kannst du dann mit den Schuh fliegen? Nee, ich kann hüpfen. Also hoch, springen und weit. Hey. Hey. Zeig mal das schwer, das hatte ich ja glaube ich auch. Ehrlich? Nein. Oh, lol. Die Karotte, Night Apple, Knockback Stick. Karotten kenn ich. Flatten your enemies. Oh, lol. Warte, ich muss ja mal nachher einen Screenshot schicken. Oh, man. Okay, gut. Aber ich würde an dieser Stelle sogar schon wieder sagen, das war es weiter. Peter hat meine Blöcke abgebaut. Hier ist tut leider keine Schäß gestanden. Deswegen. Ich glaube, wir brauchen mal Lucky Blocks, die sich ehemwürdig sind. Ja, wenn ihr Ideen habt für ein neues Lucky Block Battle, dann schreibt das gerne in meinen Kommentaren. Genauso wie ein YouTuber Lucky Block Battle. Den wollt ihr vielleicht mal sehen. Und ansonsten, schaut beim Peter vorbei, da gab es die Hinrunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Was hat er rein? Habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.